Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Pioneer Surviving Desolation. Ja, wir haben schon zwei Folgen hinter uns und ich habe gesagt, wir werden noch zwei weitere machen. Ja, gucken, ob es ein oder zwei werden. Denn wir haben noch ein paar Sachen, um die wir noch nicht reingeschaut haben. Wie gesagt, aktuell ist das Spiel auf Steam erhältlich. Ich habe es sogar gekauft für reduzierten Preis, ich glaube 10 oder 20 Prozent reduziert. Weiß ich gar nicht genau mehr. War es wert, übrigens jedes Spiel, was ich spiele, habe ich selber gekauft. Das ist eine eigene Rezession, ohne dass irgendjemand anderes was Negatives sagen kann. Letztes Mal haben wir uns zu überfressen und haben dann mal richtig lockerflockig alles rausgeködelt hier. One of us is lying, Barnabas is crying. Gut, das war es schon. Dann kommen wir wieder rein. Ihr solltet schlafen, meine Freunde. Ihr solltet schlafen. Hier, schlafen. Schlafen. Zack, schlaf. Will ich Gas geben hier? Gut, das dauert so ein kleines bisschen, bis sie ausgeschlafen sind. Sollte aber okay sein. Wie gesagt, überfressen haben sie sich. Ich habe das erste Lebensmittel weggeschmissen. Das ist natürlich uncool. Aber dies wurde dies. So, wir machen mal kurz auf normal. Die Söndchen kommen raus. So, kurz mal Pause machen. Jetzt muss ich überlegen. Also, wir haben... Ich habe kein... Gut, also der Kollege... Was haben wir denn hier? Was kannst du eigentlich? Du kannst abbauen, Medizin, steuern. Also, du bist unser Rover-Man. Du kannst relativ viel, ja? Und du bist unser... Hä? Jared Foster. Jared Foster. Jared Foster, aha. Okay, dann hätte ich gern den hier. Rain Stephenson. Gut, du bist Reparier-Mann und der Computertechniker. So, was kann ich denn hier bauen? Lass mich kurz mal schauen. Was kann ich denn hier bauen? Wir können hier... So, wir... Oh, geht doch her. So, also, das sind die Sachen, die ich bauen kann. Die haben wir schon gebaut. Wir haben also die Kabine. Wir haben ein Ding. Was wir nicht können, ist, da wir keine elektronischen Teile haben. Weder Küche können wir bauen, noch den Sportbereich, den Kommunikationsstand können wir auch nicht. Was macht der eigentlich? Ermöglicht es den Pionieren durch Gespräche mit ihren Angehörigen ihre Motivation zu steigern. Das wäre natürlich richtig cool. Aber, fällt aus wegen, ist nicht. Denn wir haben keine elektronischen Teile. Wir müssen Sprengstoff erforschen. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist... Sag mal her, was können wir denn hier machen? Wir haben hier Module. Also, ich habe gesagt, was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Bohrplattform. Und wir brauchen den Verbinder. Dafür fehlt uns natürlich noch genug Material. Das heißt, der Kollege macht das, was wir immer machen. Wir gehen in Manuel. Jawohl. Und du stellst von denen hier her. Aktuell, ja, ihr habt... Gut ernährt. Ihr seid gut ernährt. Ja, normal ernährt. Das ist okay. Gut. So, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem anderen mache. Mit dem hier. So, lass mich mal kurz mal gucken. Gibt es noch irgendwelche Vorkommen, wo der jetzt irgendwie dahin laufen könnte, oder? Äh... Mhm. Das sehen wir nicht. Können wir kurz mal gucken. Hier habe ich... Ah, hier sind seltene Erden. Perfekt, komm. Da haben wir seltene Erden. Die brauchen wir auch. Dann komm. Forster, zieh deinen Suit an. Hier. Equipped Suit. Lass mal einen kleinen Ticken schneller laufen. Ey, dititli, ditititititit. Okay. Zack. Es wird dunkel. Es wird nackig. Der gute Mann geht in die Kabine. Und geht einmal runter in die Station. Oder von der Station raus. So, dann gehst du mal hier hin, bitte. Hier haben wir noch Kohlenstoff. Roger. So, wir wollen aber die seltenen Erden aufnehmen, ja? Moving. Moving on up, moving on up, moving on up. On my way. Ah, hier, guck mal hier. Abbauen. If it's necessary. Ja, es ist necessary. Und dann darfst du gleich den Kohlenstoff machen. Geht auf. Alert. A period of seismic activity is detected. Ist jetzt dein Ernst, oder? Ist doch echt dein Ernst jetzt. Na gut, dann geht's wieder zurück. Oh, komm, Lau, Forrest. Super, hat's jetzt voll gelohnt, ja? Nicht mal ein Kilo, hab ich rausbekommen. Ach so, gut. Ähm, dann haben wir den Kollegen. Du gehst bitte her, öffne das Baumaterial. Und wir brauchen einmal 60 und wir gehen in die Richtung. Applaud the Master. Jawoll. Okay. So, 21 geht gleich los. Oder war er derjenige, der das schneller konnte? Nee, der ist gut. Nee, komm mal, der ist gut. Warnung. Die Station Integrität ist kompromisiert. So, was kann man das jetzt machen hier? Reparieren. Ein Stück Keg. So, gucken wir mal. Ich weiß nicht, du hättest den Anzug anziehen müssen, oder? Halt, stopp. Halt, reparieren. Stopp, 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 stopp. Ich glaub, der wär der besser gewesen für reparieren, oder? Reparieren. Let's try that. Na dann. Gut, egal. Noch irgendwo? Ah ja, genau da hinten. Da ist der andere. Okay, und du kommst hier hin und darfst hier mal wieder fortsetzen. Und los geht's. Aber es sollte hier ein bisschen schneller gehen, weil das ist doch Mr. Reparatur, oder? Ah, guck mal. Läuft, läuft! Sauerstoff ist doof. So, gucken wir mal. Gut. Der ist fertig, sehr schön. Dann darfst du wieder hier den Anzug anziehen. Was machen wir mit dir? Eigentlich möchte ich, dass du auch den Anzug anziehst. Anzug. Wo ist denn dein Anzug? Der ist da. Okay, du ziehst auch den Anzug an. Und da geht jetzt beide raus, ihr Helden. Im Fahrstuhl warten. Fahrstuhl verlassen. So. So, wir laufen jetzt praktisch hier hinten hin. So, dann lassen wir sie auch mal laufen hier. Da laufen sie. Sehr schön. Na, kommt. Ha. Nope. With pleasure. Moving on up, moving on up, moving on up. So, langsam. So, du darfst die hier abbauen. Und du darfst den hier abbauen. Ich hoffe, dass es keine Hürde gibt. Ähm, du hast keinen. Hast du den nicht eingesteckt? Ah, Universalhandbohrer. Ja, ist okay. Mach einfach mal. Wir müssen ein kleines bisschen hier. Wir arbeiten ein bisschen, bis ihr da bei 50% seid. Und gut ist. Da wird es früh hell und spät dunkel. Äh, früh hell und früh dunkel. So, was haben wir denn? Zwei Erden. Das ist natürlich relativ langsam. Aber hey, wir kriegen ein bisschen Materialien zusammen. Denn wir müssen unbedingt die elektronischen Circuits bauen. Und dafür müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Da brauche ich auf jeden Fall noch drei. Das passt schon mal. Je mehr, desto besser. Und sobald wir dann hier bei, ja, ich sage mal bei 65% sind, lassen wir sie reinlaufen. Dann dürfen sie was essen und dürfen sich ein bisschen ausruhen. Aber ich brauche auf jeden Fall Materialien. Komma, was da wolle. So, aktuell sind wir nur zu zweit. Mehr haben wir nicht. Wir haben auch keine weitere Schlafkapsel gefunden. Aber gut ist, dass wir schon mal seltene Erden gefunden haben. Ich würde dann, also mein Ziel ist es dann jetzt, Ding zu bauen, den Bohrer zu bauen, damit wir die Materialien selber rausbekommen. Idealerweise für seltene Erden und für Kohlenstoff. Dann haben wir hier schon mal eine Grundproduktion. Und dann sollte man, denke ich mal, das hinbekommen. Was ist, wenn ich da draufklicke? Gucken wir gleich mal, was haben wir denn jetzt? Ah, so, machen wir langsam. So, probieren wir den. Ah, nee, okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier. Okay, lass laufen. Okay, da kommen sie. Schön zusammenbleiben. Ja, habt ihr euren Handpartner dabei? Weihnacht. Weihnacht. Tag sechs. Wir haben schon sechs Tage überlebt und haben so viel Material verschwendet. Fahrstuhl warten. in die Station. Gut, guck mal, hier haben wir sieben und hier haben wir fünf. Das ist schon mal gut. Auffüllen. Wenn du aufgefüllt bist, legst du ihn weg. Auffüllen. Wenn du aufgefüllt hast, legst du ihn weg. Gut, das ist ein bisschen wie Micromanagement, ja, aber gut. Es ist, wie es ist. So, der Herr. Jetzt hätte ich gerne hier, ähm... So, halt. Nein, 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 nein. Was haben wir hier an Energie? Das passt noch, komm. Du stellst her fünf Stück. Ja, so, und der andere. Ist er fertig? Sehr schön. Du stellst her... Hier. Ne, das ist es nicht. Manuelle Verarbeitung. Elektronische Teile, da ist es, genau. Batterie können wir nicht herstellen. Da fehlt uns Schwefel. Wir machen fünf. Jawohl, es ist necessary. Und ihr macht es bitte jetzt. Ihr könnt schlafen, wenn es soweit ist. Ihr seid noch gar nicht müde hier. In guter Form. Guck mal hier. Hunger. Ja, gut, ihr müsst was essen. Hätte nicht alles ausgekotzt, hätte alles funktioniert, ja? Ihr Helden. So, was wir gelernt haben letztes Mal, dass wir praktisch skillen. Je mehr sie machen, desto besser wird das Ganze. So, Aufgabentempo zehn Prozent schlechter. Okay. Ah, ist egal. So. Dann gehst du hier hin. Und dann hätte ich gerne ein Modul, nämlich das Bohrplattformmodul. Installieren. Und das kommt, äh, dahin. Applaus, der Master. So, gut. Äh, was? Kollege. Also, soll ich vielleicht, ähm, das Spiel wieder in Gang setzen? Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, inwieweit, ähm, ja, mal gucken, ob, ich glaube, 20 Kohlenstoffe hätten uns nicht mehr reichen, ja? Elektronik haben wir noch ein bisschen mehr Elektronik haben wir noch ein bisschen, ja? Und dann dürft ihr auch ein bisschen Haier machen, Haier-Bubu, ja? So, gut. Dann darfst du mal hier hin. Und dann wollen wir mal schauen, was gibt's denn hier? Ah, guck mal. E-Wa-Anzug, O2-Ladestation. Nicht genügend Materialien. Ah, Batterie. Ah, es ist nicht dein Ernst, oder? Es ist nicht dein Ernst. Modus geöffnet. Okay. Sure. Gut, okay, das haben wir gemacht. Mit Pfeil. So, hier können wir gar nichts machen. Gut, komm. Dann lauft mal zurück. Ihr trefft euch jetzt hier in der Kantine. Der andere Kollege hier auch, oder? Du gehst auch in die Kantine. Dann wird eine runde Happa-Happa gemacht. Auf meinem Weg. Die Frage ist jetzt, ich mache mal kurz aus, was haben wir denn? Also, wir haben jetzt seltene Erden gefunden. Die haben wir schon leer gemacht. Was wir nicht haben, ist Sulfur. Da haben wir noch seltene Erden, die wir abbauen können. Wir haben noch Kohlenstoff, den man abbauen kann. Das ist leer. Das ist der Pott. Was ist der hinten? Das kann ich nicht sehen. Habe ich den leer gemacht? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ah, guck mal, hier oben ist eine Kiste. Da würde ich versuchen, mal hinzugehen. Vielleicht haben wir Glück. Und ich brauche auf jeden Fall einmal Schwefel. Wenn ich den Schwefel habe, sieht die Welt wieder anders aus. Aber zum jetzigen Zeitpunkt im Map gibt es hier eine Karte. Eine Karte gibt es hier natürlich keine. Denn ich habe keinen Kontrollraum. Notfallraum habe ich auch nicht. Okay, gut. Ihr seid da. Ui. Ich hätte es hier zu essen lassen sollen. Essen. Essen. Dann wird einmal Happa Happa gemacht. Und dann wird Heia Heia gemacht. Scheiße. Oh, das darf er doch nicht sagen. Nein, das darf er nicht sagen. Gut. So, dann darfst du einmal schlafen. Und du darfst auch einmal schlafen. In guter Form. Und dann haben wir euch wieder einmal ein bisschen aufgepäppelt. 10% Arbeitstempo. Okay. Mal gucken. Jetzt mal kurz Pause machen. Ich will mal kurz hier reinschauen. Was haben wir denn hier alles? Hier waren wir genau. So, was kann ich hier? Warte mal. Wir haben hier die Werkbank. Und hier haben wir praktisch Sachen, die wir nicht machen können. Gut. Hat sich eigentlich schon erledigt. Die Werkbank. Bei der Werkbank kann ich touren. Guck mal hier. More water. Sprengstoff. Ah, guck mal hier. Sprengstoff kann ich herstellen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dann habe ich Sprengstoff. Universal Handbohrer. Düngerspray. Ist die Frage, ob ich da jetzt mit einem Sprengstoff rangehe. Dann haben wir die EVA-Kabine. Nachladen des Dauerstoffes des Rovers. Transport Fahrgestell. Also da können wir schon ein paar Sachen mehr machen. Das ist schon mal gut. Kletterseilbahn, Kühlmodul, Magnetstiefel. Da gibt es schon einiges. Hier, gucken wir mal. Schutzvisier. Was macht das? Beugt verletzten Risiken bei Wartungsarbeiten an der Station vor. Okay. Wäre vielleicht sinnvoll. EVA Panorama verbessert die Nachtsicht des Pioniers. Also das wäre zweimal von der Sorte. Sprengstoff. Zweimal von der Sorte. Dann wäre ich wieder so weit weg. Ah, es ist aber gut. Sprengstoff brauche ich. Gut, lass uns mal proben. Komm, lass uns mal proben. Und dann, wenn die ausgeschlafen sind, die Herren, würde ich sagen, gucken wir, dass der eine rausgeht, der andere stellt es her. Kriegen wir doch irgendwie. Das wird relativ schnell dunkel hier, ja? Keine Ahnung, was das für ein Planet ist. Ba, 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 ba. Ich habe vergessen, das letzte Mal Musik unterzustellen. Ähm, warte mal, ich kann mal gucken. Ähm, einstellen. Ich kann hier die Musik ein bisschen lauter machen, ne? Audio, guck mal, Musiklautstärke. Ah, ist besser? Hoffe ich doch mal. Bestätigen. So. Ich hoffe, dass die Musik nicht geschützt ist. Ich habe jetzt, die letzten Folgen hatte ich jetzt, ähm, keine Urheberrechtswarnung, keine Probleme damit. So. Komm, das reicht. Aufstehen. Obwohl, wir lassen sie ausschlafen. Gut, die Musik ist für meinen Geschmack einen Ticken zu laut. Audio, ich mache sie mal auf. So, ist okay, denke ich, ja? Bestätigen. So, halt. Gut. Perfekt. So, der Herr, dann darfst du schon mal wieder in deinen Anzug steigen. Die Anzug rein und anziehen. Du darfst im Endeffekt eine Sekunde. Warum klingelt mein Telefon? Übrigens, ganz unten seht ihr die Alpha-Version, hier unten. 0,41 und, äh, die Frames, 42 Frames pro Sekunde. Äh, 62, 42, ich sehe 41 und 62 Frames pro Sekunde. Gut. Verlasse die Station. Wo ist der? Ah, der ist hier. Und den wollte ich jetzt nochmal für Elektrozeug schicken, hier. Halt, hier, den da. So, gut. Es ist jetzt hier, ähm, verlassen Station. Ah. Vergessen Pause zu machen, wegzudrücken. Gut, der andere kommt auch. Der macht hier die weiter und dann baut er die restlichen Sachen. So, gucken wir mal. Sorry, dass ich so ein bisschen hin und her scrolle. Roger. Da lassen wir den kleines bisschen laufen hier hinten. Aber Essen ist nicht so pralle, muss ich sagen, ja. Äh, Pause. Gucken wir mal, wo ist er denn? Ah, der baut, genau. Okay, gut. Der produziert. So, halt, ich muss gerade gucken. Wo war das? Hier hinten war es genau. So, wir wissen ja, wir können ja klettern. Moving. Moving on up, moving on up. Samma Schiffsteile. Sehr schön. Congratulations. You have recovered a piece of the shuttle. Dies ist ein Flug, äh, computer. Er wurde beim Abschluss schwer beschädigt, aber es sollte möglich sein, ihn wieder instand zu setzen und die Flugbahnkoordination des Shuttles neu zu programmieren. Okay, gut. Dann hätte ich gerne hier einmal Kohlenstoff, bitte abbauen. Und dann machst du noch die seltenen Erden fertig. Und dann haben wir da ein paar Materialien. So, ich geh mal zu den Kollegen hier. So, das hast du alles gemacht. Ich möchte gerne, dass du baust. Handwerken. More work. Ich hätte gern zweimal Sprengstoff. Das mit dem Doppelklick finde ich relativ gut, weil dann brauchst du nicht so lange scrollen, weil die Scrollgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Aber es ist auch schön, dass ich so um die 60 Frames pro Sekunde durchgehend habe. Also das ist wirklich gut. Ja, das weiß ich nicht, was das ist hier an der Stelle. Ach, äh, 83, 10, 83. Oh, das ist die Gesamtspielzeit. Das kann sein. Okay, Sprengstoff ist gebaut. Oh, hat er abgebaut. Sehr schön. Und dann nimmst du noch den hier weg. Ja, ist es. So, dann geh mal dahin. So, und du darfst jetzt nämlich noch bauen. Nicht so einfach. Du darfst nämlich bauen, ähm, Was hab ich gesagt? Sprengstoff haben wir. Äh, das kann man nicht nutzen. Das haben wir schon gemacht. Das heißt, ich würde den hier bauen. Zwei Stück. Ja. Und zweimal Eva-Panorama-Sicht. Gut. So, dann lassen wir den wieder laufen hier an der Stelle. Dann haben wir die seltenen Erden. Ähm, Tag sieben. Wir haben schon sieben Tage überlebt. Wie sehr schön ist das doch. So, gleich sind wir durch. Dann darf der nach Hause. Hm. Haben wir sonst irgendwas? Was ist das hier? Da waren wir schon. So, was haben wir hier? Leer. Untersuchen. Habe ich den nicht untersucht? Na, guck mal hier. Na, hat zwei jetzt. Super. Echt jetzt. Gut. Okay, das ist leer. Der ist leer. Warte mal. So, was haben wir denn noch? Haben wir irgendwo? Der ist das hier. Was hat der noch an O268? Untersuchen. Komm. Lass mal da hinlaufen. So, der produziert noch. Okay. So, hoffe, dass das funktioniert. Ich habe immer noch kein... Ah, was ist da noch irgendwas? Was man gebrauchen kann? Nee, wahrscheinlich nicht. So, was untersucht er? Ah, guck mal hier. Reparaturwerkzeug hier. Ah, guck mal an, was hier alles gibt hier. Reparaturwerkzeug. Da drieben liegt noch eine Kiste. Da liegt auch noch was. Ein Pott. Habe ich den vergessen? Zummeren. Das sieht doch aus wie so ein Überlebender, oder? Ich muss noch gucken, ob ich da hinkomme. Anlaufen wir mal schnell. Das könnte ein Überlebender sein. So, Visier ist gebaut. Weil da hätte ich die ganze Zeit drei haben können, ja? Untersuchen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also, das ist eine ganz schlechte Idee. Kretischer Zustand. So, also, jetzt wissen wir auch, was passiert, wenn du da reinlatschst. Ja? Uncoole Sache. Ah, guck mal hier. Den haben wir auch. Untersuchen. Und den schicken wir nach Hause. Komm. Untersuchen. Vielleicht haben wir da noch was Tolles drin. Aber wir haben jetzt auch mal ein Reparaturteil. Das ist auch sehr, sehr gut. Jetzt sind wir zu dritt. Wie schön ist das denn? Was haben wir hier? Funkantenne. Verbrauchsmaterial. Okay. So, dann. Ah, wir haben eine Frau. Okay. Magnetische Felsen. Also, wir wissen, was passiert, wenn die Magnetischen Felsen berühren, wenn es... Okay, gut. Sollte man nicht tun. Sollte man nicht machen. Moving on up. Moving on up. Negative. Affirmative. Gut. Okay. So, der geht zurück. 48. Dann darf er aufladen. Jetzt sind wir zu dritt. Das heißt, ich brauche jetzt ein bisschen Materialien. Halt. Bist du fertig? Okay. Du baust bitte, ähm, Materialien ab. Denn wir brauchen Materialien. Das heißt, ich hätte gerne hier, äh, drei. Mach du mal. More work. Ja, mach das mal. Okay, haben wir. So. Dann gehen wir hier zurück. Lockout. Okay. 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 Not the best idea. Affirmative. Ja, perfekt. Gut, meine Freunde. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, wenn es so ist. Und, ähm, auch immer gerne einen Kommentar. On my way. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis demnächst. Achso, ich spiele noch eine Folge, um ein bisschen mal reinzuschauen. Ich denke, vier Folgen sind dann okay erstmal für so ein Angespielt. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis dann. Tschüss.